Hallo, damit herzlich willkommen, einmal wieder hier zurück zum LS19 Happy Farmer Projekt mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. So, es geht weiter. Unser Hühnerstall, unser zweiter, der steht und läuft und gedeiht. Unsere Drescher stehen, laufen und gedeihen. Mittlerweile haben wir ja einen Abfahrer noch hier. Ich weiß gar nicht, was mit dem zweiten Abfahrer mehr ist zu sein passiert. Ah ja. Er hat erfolgreich abgeladen. Das finde ich huge. Das können wir uns gleich mal anschauen. Der hat nämlich in so schon wieder Ewigkeiten gebraucht, gefühlstechnisch gesehen. Okay. Es produziert nicht weiter, weil voll. Okay, dann spawnen wir mal, dass er weiter produziert. Ja, das sollte sich ausgehen. Schöne Sache. Okay, und am heutigen Tage, meine Damen und Herren, geht es an die Gemüsefabrik. Jawohl. Da wollen wir ein bisschen Trifian das Projekt reinkriegen. Das ist ja Wahnsinn. Hier steht das gute Stück. Game of Global Company. Und holen uns die Gemüsefabrik. Sofern wir sie finden, wohlbemerkt. Geld gefunden. Sehr schön. So, die ist schon ein bisschen kräftiger, ich sag's mal so. Die hat auch hier hinten wieder Dinger und alles. Ihr seht schon, das geht sich wieder nicht aus, was die Dings angeht. Ich guck mal, geht das in der Breite sich aus? Ne, das geht sich nicht mehr in der Breite aus. Ja, obwohl... Ja, hm, äh, nee, schwierig. Nee, blöd. Blöd, 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 blöd. So. Aber, hinten sind Punkte, ne? Okay, also das müssten wir... Alter, das müssten wir ja mindestens hier reinsetzen. So, jetzt klitscht da hinten nix mehr raus. Okay. Aber die AD-Punkte sind dermaßen... Alter, nee, da klitscht jetzt sogar die ganze Straße hier. Nein, äh, nee, das wird nix. Ähm... Achso, hier steht das Ding schon wieder. Alter, was ist denn das für ein riesen Gehöft schon wieder? Gottes Willen. Warte mal. Naja, rumdrehen dringend auch nicht. Ähm... Nö, also hier wird es vielleicht gerade so reinpassen. Damit verklemmen wir uns aber. Äh, die Punkte, das ist auch nicht gut. Warte mal. Gehen wir hier rum, obwohl da sind die AD-Punkte ja auch. So. So wäre es höchstwettergefühl. Ist das richtig? Äh, so wäre es höchstwettergefühl. Alter. Die gleichen ganzen AD-Punkte neu machen. Ach, Gottes Willen. Puh. Wat ein riesen Ding. Alter. Ich mein, das mag alles schleichen. Also da hinten kommen wir uns nicht ins Gehege. Aber die AD-Punkte auf der Ebene kann ich einmal komplett neu setzen. Okay. Naja. Bleibt uns nicht so anders übrig. Dann nehme ich mal kurz den LKW hier. Mach den ganzen Spaß mal hier an. Und dann fangen wir mal wieder an, das Ganze hier wegzulöschen. Boah, das bringt dann, ja, am Ende des Tages auch nichts mehr. Da muss ich dann die Straßenverordnung nochmal neu bekräftigen. Und dann pflanzen wir das hier hin. Das geht sich dann zwar schon aus, aber hier muss ich halt einfach einen anderen Winkel wählen. Also bis dahin mag das alles schleichen. So, na dann Gemüsefabrik. Ich bin gespannt. Gemüsefabrik, so. So, also die Sache. Der Eingang ist dann da vorne. Das muss ich mindestens bis hierher ausgehen. Hier glitschen wir zu weit rein. Das geht sich gerade noch so aus. So, so wäre dann das Ding, ne? Ja, okay, ein bisschen weiter rüber. So, nicht so weit da hinkommen. Noch ein Stück, noch ein Stück vor. Äh, kommen wir noch ein bisschen hinter. Wie weit hinter kommen wir denn hier, bevor da irgendwas reinglitscht? So, ne, das, ja gut, das geht gerade so. Na, zu weit. Okay, bumm. Gesetzt. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gemüsefabrik. Äh, da hat Edler ja alles hier übermalt, ne? Naja, besser ist das. Okay, äh, das heißt dann, äh, wir müssten rein theoretisch gesehen hier eine neue Straße andocken. So, das geht sich hier aus. Und dann würde ich hier so und so und einmal den hier, so halbwegs. Aha, 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 aha. So, okay. Sehr schön. Gut, dann müssen wir das Ganze halt so machen. Nützt ja nix. Aber, Hauptsache das Ding steht. So, und dann schauen wir jetzt mal, wie wir das am blödesten mit den AD-Punkten machen. Hm, obwohl das ist ja eigentlich relativ. Ich verstehe doch nicht so ganz, was das hier darstellen soll. Aber, uh, aber, hier halt. Okay. Dann kann das nämlich weg. Dann gibt's ja hier die Dreifach-Vierfach-Millionen-Option. Und dann muss ich dann einmal hier, wenn ich das richtig sehe. Dann Punkte von da aus ready machen. Das hier miteinander halt verbinden. Dann läuft das ja hier sowieso, so wie es laufen soll. Dann geht das hier hinten weiter. Stopp. Und dann müssen wir das Ganze eigentlich schon noch hier verbinden. So. Gut, dann hätten wir das hier eigentlich schon mal drin. Auch nicht verkehrt. Dann brauche ich dann noch den hier. Dass der auch wieder rückwärts rauskommt. Dann müssen wir noch einmal, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo das hier alles ist. Gott bewahre. Also, das erste Mal die Gemüsefabrik, das ist schön. Äh, Erdfrüchte. Okay. Das ist soweit so klar. Alter, eine riesen Anlage. So, was haben wir hier hinten? Das ist die Warenabholung, gehe ich davon aus. Ach du Heimatland. Aber ja, das ist genau das, was wir brauchen. Passt. Ähm, das wurde auch in den neuen Update angepasst. Die Pilzsuppe und den ganzen Spaß, was es vorher auch nicht gab. Ähm. Warenannahme-Kombust. Ne, Warenausgabe-Kombust. Okay. Soweit so klar. Gemüsefabrik. Also, hier ist gar nichts. Warenannahme. 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 Äh, Wasser. Geht davon aus. Was haben wir hier? Gar nichts. Einfach nur ein Schuppen. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Und dann geht's hier wieder weiter. Verstehe. Also, Warenannahme. Erdfrüchte. Das ist ja klar. Na. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Also, Kartoffeln. Wasser. Leerpaletten. Papier. Zwiebeln. Wasser. Leerpaletten. Papier. Karotten. Wasser. Leerpaletten. Papier. Kartoffeln. Karotten. Zwiebeln. Wasser. Äh. Tomaten. Wasser. Leerpaletten. Karton. Papier. Klar. Nudeln. Hühnerfleisch. Karotten. Zwiebeln. Wasser. Leer. Ja. Okay. Körbis. Sahne. Sahne. Okay. Wasser. Leerpaletten. Karton. Papier. Und Pilze. Sahne. Ja. Okay. Gut. Das sollte klar sein. Ähm. Wo zur Hölle? Wird denn dann... Wird das alles da vorne angeliefert? Das wäre ja insane. Ja gut. Aber scheint so, ne? Ja gut. Dann soll es uns egal sein. So. Fahren wir einmal hier rückwärts. Wie gesagt, die CPler arbeiten so wie sie arbeiten sollen. So. Machen wir mal den hier. Ne. Das ist natürlich im Endeffekt der falsche Dings hier. Aber ist ja auch relativ. So. Dann haben wir einmal... Äh. Gemüsefabrik. Gemüse. Äh. Fabrik. Ähm. Erdfrüchte. Gut. Überlege ich gerade. Wie fahren wir da am schlauesten wieder raus? Ich glaube... Dann machen wir einmal den hier. Stopp. Sehr gut. Machen wir das kurz aus. Äh. Dann haben wir... Geht's einmal hier weiter? Ne. Geht's einmal hier weiter? Dann haben wir einmal Gemüsefabrik abholen. Das ist dann hier hinten. Ja. Gemüse... Minus... Fabri... Äh... Fabrik... Und... Ja. Fast. Fabrik habe ich gesagt. Fabrik abholen. Sehr schön. Geht's gleich weiter. Hier scheint ja nix weiter zu sein. Jedenfalls gibt's ja keine Markierung. Und da das eh alles hier beidseitig ist... Und da das eh alles hier beidseitig ist... Können wir dann hier einmal... Gemüse... Fabrik... Ähm... Paletten dennis einfach mal. Paletten. Eine flasse Paletten. Sehr schön. Dann kann ich hier gleich so einen schönen Bogen mit reinziehen. Das ist nämlich ideal. Gibt's da schon mal keine Probleme. Und dann ziehen wir da noch Kombos mit rein. Und dadurch, dass das ja wie gesagt alles blau ist... Das müssen wir das Gott sei Dank nur einmal machen. Achso, das ist dort. Oh Gott. Ich muss ja extravagant hier ein... Äh... Einspielen. Okay. Na ja, gut. Wenn das klappt, dann klappt das. Dann ist das wunderschön. Schauen wir mal, wie das wird. So, machen wir das auch wieder aus. Machen wir den hier. Machen wir den da. So. Und dann sollten die Dinger eigen... Achso, ja. Ich hätte es vielleicht noch benennen sollen. Ich bleb. Aber dann hätte man das hier eigentlich soweit auch ohne Probleme erledigt. Sehr schön. Dann bin ich das noch mal kurz hier. Ich gucke, ob das hier reicht. Der da. Oder soll es eher der da sein? Ich glaube, das ist relativ. Nehmen wir den da. Nennen wir das Gemüse. Minus Fabrik. Und dann Kompost. Kompost. Sehr schön. Gut. Dann läuft das. Dann können wir da nämlich schon mal den ganzen Spaß wiederum mit anliefern. Das heißt, wir schaffen das Ganze. Produktion, Zeltstoff und Feuer. Dann können wir gleich mal gucken, ob das Ganze hier so hinhaut, wie es hinhaut. Aber ich hoffe einfach mal. Achso, halt können wir das Ganze ausmachen. Dankeschön. Dann können wir das mit reinliefern. Dann, äh, nein, bitte, keine GEMA-Musik, äh, keine GEMA-Musik, habe ich gesagt. Dann fettfingern wir heute wieder so. So. Dann heißt das, wir liefern dort erstmal alles an, was wir anliefern können. Ja, da ist, äh, na gut, Kartoffeln, eine Million, ach du Scheiße. Aber Zwiebeln, Karotten, ja, Zwiebeln und Karotten können wir auf jeden Fall schon mal mit reinnehmen. Und wir müssen definitiv, äh, Kartoffeln wieder anpflanzen. Eine Million Liter, das ist natürlich wieder, äh, lässt auf dem, auf dem aggressiven Durchsatz schließen. Ähm, wie sieht's hier aus? Hm. Berechne fort. Das ist richtig. Ich nehm dir mal die Aufgabe ab, ne? Manchmal so verwirrter Pläne. Aber auch nur manchmal. Stopp. Ja, jetzt will der nämlich, oh, weil er hat's jetzt hier, ne? Will er jetzt auch unbedingt ran, aber das ist kein Problem. So, aber guck mal, dann ist das Feld gleich fertig. Ist da auch was Schönes. So. Sollte erst mal reichen hier. Kann er zu machen. Danke. So, gut. Äh, dann, äh, wo waren wir jetzt, äh, bla? Jetzt muss ich erst wieder, ach alter, ich fettfinger hier einfach nur. Ich fettfinger hier einfach nur. Ich will nämlich einfach nur auf die siebenfache Geschwindigkeit. So, danke. So. So, äh, aha, aha. Na, wo haben wir's? Nee. Ja, hier, Zwiebeln. Zwiebeln, 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 Zwiebeln. Holt die Zwiebeln. Ähm, dann heißt das im Umkehrschluss. Äh, einmal. Hier. Zack, nee, zack, nein. Yes, no, jetzt, jetzt. Und zwar, einmal bitte, Huf, Silo, Belordin, Abkippen an Gemüsefabrik, Erdfrüchte. Wir hätten gern die Zwiebeln. Das machen wir bitte dreimal. Na, alles raus, was keine Miete zahlt. Dann dreh ich mal kurz hier rum, weil das läuft ja eigentlich anders rum. So, das sollte jetzt ohne Probleme laufen. Das scheint ja auch gefunkt zu haben. Hallo. Hä? Okay. Ähm, es scheint gefunkt zu haben. Ähm. Zum Morgen, äh, da ist es. Das Spiel hat manchmal so seine Macken. Ähm, ich nenn's mal so. So, danke. Äh, okay. Dann gehen wir hier rüber. Der ist angekommen. Ihr seht, die Adela haben auch wieder gut gearbeitet. Also, die Verschiebung hat gut gearbeitet hier. Äh. So, Leerpaletten, Papier. Brauchen die nur Papier? Nee, Papier und Karton. Gut. Das ist im Übrigen immer noch Kackpappe, die hier rumliegt, oder? Na ja. Das ist noch von Corona-Zeiten. Zu viel produziert. Jetzt gammelt sie rum. Schlimm, schlimm, schlimm. So, Zeltstofffabrik. Dann einmal bitte Papier. Jetzt habsch hier eine Kackpappe drauf. Ich rastet alles. Da ist die Kackpappe hier runter. Die brauch' gerne. Back. So. Nehmen wir da bisschen was mit. Nehmen wir gleich noch, äh, Kartonage mit. Na. Zeltstofffabrik. Karton. Aber wenigstens mal der Verwendung für den ganzen Spaß hier. Gottes Willen. War ja eine ganze Weile lang für gar nichts zu gebrauchen hier. Toilettenpapier. Gut. Also ich kann Schichtbetriebe aktivieren. Das ist gut. Würde ich das gerne mal tun. Okay. Ich kann keinen Schichtbetrieb aktivieren, weil das Geld fehlt. Wir investieren dann mal 10.000. 20.000. Wir investieren mal 20.000. Wird schon okay sein. So. 8.000 pro Stunde wird da mehr produziert. Sehr schön. So. Haben wir 40 von 40. Da haben wir jetzt hier noch ein bisschen Karton rumliegen. Das war auch nicht das Problem für das nächste Mal. Dann geht das einmal wieder hier zurück. Und dann schauen wir das gleich so hin. Ich hab so ein bisschen die Befürchtung. Ah, es klappt. Es scheint zu klappen. Es scheint zu klappen. Und ja. Dann läuft das Ding dann auch schon wieder. Sehr Wahnsinn, oder? Wie viel, wie viel Produktion wir jetzt auf einmal hier wieder aufbauen können. Da muss ich halt nur ein bisschen vorangehen. Dann läuft das auch schon wieder. Aber ja. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Huch. Und dann können wir die Zwiebelsäcke kleiner herstellen. Je nachdem, wie schnell die produzieren, wurde bemerkt, ne? Und dann können wir gleich noch die Chips dumpfen. Ne, Chips war das ja nicht. Das andere Zeug hier. Reibekuchen und den ganzen Schnulli. Gut. Es fehlt dann immer noch an Eiern. Ne. Das muss man auch dazu sagen. Aber. An südsten fehlt es uns ja eigentlich an nichts. Dass wir das alles relativ in der Hofnähe haben, ist eigentlich auch okay. Ich brauche nicht unbedingt drei Millionen Anfahrtswege von dort nach da, von hier nach da. Gut. Die Steindinger hätte man wegmachen können. Das wäre nämlich angenehmer. So müsste ich nicht hier einen halben, halben Jackass-Film nachspielen. So. Kommen wir hier kurz rein. Das sieht aus. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass das so passt, wie es passt. Ja. Sehr gut. Also das scheint zu passen. Das freut mir. Ah, dann drehen wir einmal rum. Wir laden den ganzen Spaß gleich mit einmal ab. So. Bäm. Dann schauen wir kurz da rein. Weil der müsste ja eigentlich schon einmal abgeladen haben. Hat der schon einmal abgeladen? Er hat noch nicht abgeladen. Wo klemmt's? Meister. Hat der sich ja ein bisschen vertan, oder was? Hof-Silo beladen. Feuer. Bestimmt wieder irgendwo verklickt. Dass er einen falschen Punkt ausgewählt hat. So. Jetzt sind wir voll. Und jetzt schauen wir noch, ob das so funktioniert, wie es funktioniert. Das wäre ja ein Träumchen, wenn das so funktionieren würde. Ah. Lexion hat die Endrude erreicht. Das ist sehr gut. Dann einmal Abfahrer entlassen. Ja gut, das ist jetzt so, ich will gerade sagen, noch nicht so optimal. So. Ja, dann reichen die jetzt gerade alle hier, die Dings. Naja, also Viererverbund mit der neuesten Curseplay-Version. Was ist neu? Es gibt bestimmt schon wieder eine neue, aber das ist jetzt die 50er. Es funktioniert. Sehr schön. Gut, kann nur sein, dass wir nicht drei Millionen Vogelwände machen. Das ist bestimmt auch daran zu messen. So. Dann einmal Feuer, BD. Du, wir werden die jetzt alle fertig hier. Das ist doch schön. Und, äh, ja. Halt. Stopp. Yes. Kurz zur Mail-Fabrik. Ich bin aber viel zu weit hier. Nee, halt. Hier. So. Äh, geht theoretisch gesehen auch noch mehr rein, okay. Ah gut, wir haben ja noch andere Dinge, so ist es ja nicht. So, was machst du? Ah ja, du fährst da hin, wo du hinfahren sollst. So, Trommelwirbel. Moin. Moin. Ah ja. Also bis dahin ist er schon mal gekommen. Aber man merkt auch trotzdem schon, er hat ein Bild zu kämpfen, wie er dort lernt. Aber ihr seht, die, 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 das Gewicht drückt nicht mehr die Schutzbleche in die Reifen rein. Also es ist, äh, durchaus schon besser. Aber die haben jetzt glaube ich auch nicht so die krasseste Leistung, wenn mich nicht alles durchstellt, oder? Was haben die? Ah doch, die haben sie immer einen 50-Schweiß. Ja gut. Ist halt nicht die aufgebildete, äh, die 1000 PS-Version, aber relativ. Ich glaube, der fährt auch einfach nur so langsam, weil der hier Kollisionsberechnungen macht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja. Okay. 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 So, dann schauen wir doch hier links rum. Sehr schön. Und stellen wir, ja, der ist da auch rum. Dann stellen wir den hier auf der 2 ab. So, dann können wir den Abfahrer jetzt deaktivieren. Und können wir den ganzen Spaß abtanken. Na, wunderbärchen. Gut Jungs und Mädels. Äh, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Äh, wir sind dann erstmal wieder fertig für den Part. Äh, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und, jo, und bis denn da, oder, ne, 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 tschüssi und, äh, Gowski, tschü tschü.